Ich weiß nur, wo's lang geht. Ja, ich auch, glaub ich. Ich glaub ich nicht. Ich komm da noch nicht hin. Ja, genau das gleiche Modell hab ich auch noch. Hey, wer hockt ist da auf meinem Weg? Dein Weg? Wenn jemand ist auf meinem Weg gerade gelaufen, der ist sonst schon zufrieden. Nein! Konzentrier dich doch mal, du blödes Obst! Du bist Fallobst, kein blödes Obst. Aber Birnen sind wenigstens gesund. Ey, hör auf. Bah, böse. Ich bin brav. Ey, das gibt's gar nicht immer. Im Unterfallen schlagen sie mich noch. Du elendiger Drecksack, echt ey. Aber dein Plan ist fehlgeschlagen, du Schurke. Ja, dafür bin ich gestorben. Ja, und ich lauf einfach runter. Geh doch nicht, ich leiste die Gesellschaft. Okay. Okay. Geh weg, geh weg. Müsst du euch denn immer schlagen. Nicht ins Bett. Nicht ins Bett. Schlechste, wie die dreimal so umständlich wie die normale, wie die Leere. Hey. Ja, äh, hast du auch damit? Ja komm, spring weiter, ich tue an nichts. Wie lange nehmen den jetzt schon auf? Fast eine Stunde? So ist es richtig? Ne, einfach nicht. Also, in Skype reden wir eine Stunde. Ja. Das heißt ja links. Ah, drück doch die Leertaste! Eigentlich muss ich hier rechts. Ey. Alter. Meine Mama ist ein Schaf. 21 und so schwer. Und so ein schwarzes Schaf. Oha. Ja! I did it. Glaub ich. Bist du drüben? Ne, vielleicht auch nicht. Ey, ich weiß es gerade gar nicht so. Das stimmt. Du bist da oben. Hä? Ich sehe den Weg gar nicht, den man nehmen muss. Ich schon. Ey, das ist schon der richtige Weg, den wir laufen, oder? Ähm, ja. Ich schon. Das ist einfach wieder eine Sargasse. Ich fang gleich an zu weinen. Du läufst genau den gleichen Weg, du Arsch. Ich kann das erst mal, man muss außen rum. Oh mein Gott. Ja, natürlich muss man außen rum, aber ich komme da gerade nicht hin. Das ist mein Problem. Du musst dich links halten und dann außen rum. Wie natürlich? Wusstest du das schon? Ja, durch die Wand durch, wo er offen ist. Das wusste ich echt nicht. Ja, ich weiß nicht. Seitdem ich gesagt habe, ich glaube ich weiß es, versuche ich da hinzukommen. Ich bin mir fast ganz sicher jetzt. Dann hat uns das Soul-Chaos aber richtig an den Eiern gehabt, ey. Das ist echt richtig fies. Also kann er dich schon mal nicht gehabt haben. So ein Schlawiner. Nein, 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 nein. Du bist so Hiss. Hey, sag mal. Wo ist denn rum? Aber sonst ist alles für gut, oder? Alles gut, ja. Oh, Mann. Aber das geht ja auch nicht, glaube ich. Ich bin so gepiesst an. Nee, nee, nicht da aufs rum. Du musst erst. Komm mit? Na komm, das geht auch. Komm mit gut auf mich. Komm mit hier. In die Richtung? Ja, okay. Ja, zu weit gesprungen. 3 jetzt 3 ich abzug auf sie ist einmal dreimal trocken schlucken oder knutschen ja ich hab gar nicht mehr da was jetzt hier du liegst du nicht vorbeikommen extra lage ähm prinzipiell nichts dagegen Füßen kann man nicht daran na beib ich hab' ich kein leichtes oh Gott also das Labyrinth das ist äh schon ähm ja das ist ja ähm ja ne ja ne sag mal macht eigentlich dieser komische äh wieso hast du dir Klaas hergescheatet vor? man hat wahrscheinlich wieder was kaputt gesemst ich hab nix gemacht geht's da lang? diese extra lage hat sich Klaas hergescheatet vor da wo du jetzt bist äh da wo äh die extra lage ist da ist sie richtig glaub ich ne hier ist ne Sackgasse schlicht dein Ernst doch aber irgendwo da draußen muss man lang also das ist jetzt nicht mal mehr hin ja jetzt stimmt was war denn das? er hat plötzlich geschwindet ich hab ja also ich geb's zu ich hab mir Klaas hergecheatet ich war dem verlangen nahe aber aha aha da wurde also schon wieder betrogen ja dann bin ich gestorben bevor ich setzen konnte betrugsversuche ähm weißt du man nö egal also das bringen wir dir nochmal bei also weißt du wenn wenn jeder dann Sicht hat dann darf einfach derjenige vor der vorne ist ok? ich hatte keine Sicht ja doch und du hattest du dann schon und da hast du mich einfach weggeschockt und ich folge dir ja genau weil du standst in meiner Sicht ja jetzt hast du Angst hast du Angst vor mir ne? ich habe einen Traum ah ich hab's geschafft du ey du hast echt eine Mumu nein ich hab's nicht geschafft ja weißt du wieviel drunter schockst du bist ein Abumu echt ey schade wo muss man denn nach draußen was? wer ist denn da nach draußen? wo muss man denn nach draußen? ich seh hier grad nicht ausgeht ich weiß es ich weiß es auch aber ich ja dann sag mal nein ich sag's nicht weil mich der Fallobstack hat runtergeschlagen dann schau ich euch einfach jetzt mal zurück nein hör auf hör auf hör auf der ist so ein rechter überasierisch oh man wär ich? ja natürlich hey du bist ja Spitzbub hier ja garstig okay jetzt weiß ich wo hinwoll du musst den bannen nicht nur kicken scheiße ne das ist ja schon Bestrafung genug hier nicht dass er nach weint und dann muss er uh von seiner V- chaas mel agram neiiiin naah mann bin ich doof ja bist du ja bin ich dem gibt es eigentlich nix mehr hinzuzufügen del von kill von kill um hier böser verlobst wo bist du niemand hat dich lieb stirbt jetzt was geschafft ja ja was ist was ist boah ist das hart hier nur die harten kommen gerade aber mittlerweile finde ich ich kann viel besser jumpen als am anfang ja du bist so ein held geworden kommst du diesmal zwei drücken weit und runter dann muss ich dich auch mal loben finde ich auch echt gut machst du toll ihr seid so scheiße alle das ist ein bisschen der ego pushen ja bei mich verlaufen in einem güllehaufen kriegst du ja den ecksprung hinfallort ja richtig hab ich gerade hinbekommen du darfst auf jeden fall nicht reingehen ja hier gehts lang ja fuck nur weil du mich runtergeschlagen hast beim ersten versuch vierer schandler scheiße ganz außen da kommt am Schluss noch ein vierer jump aber das sollte der richtige Weg sein hey nein spricht in die Ecke da ist kommen da nicht mehr mehr hin ich mich nicht mich nicht mich nicht mich nicht worum arbeiten wir haben sagt sie auch mit dem scheiß das ist 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 im das ist du bist ich von die Juli und mein Gott spieler nö gegen sich darüber auf ja vor allem wenn sie so kassel zum mit spielen übrigens ja an dieser stelle hier nö negativ gegenüber aber ich finde es echt geil das hat auch genug gesagt ist auch wunderbar gemacht aber wir sind halt zu bürger an meinen Nerv ja also meinen auch an dieser stelle wollte irgendjemand was anfangen zu reden ja ich wollte noch anmerken am 30. Juli da kommt Ox Must Die 2 raus das werden der Fallobst und ich let's playen gemeinsam da könnt ihr euch schon drauf freuen wenn ihr wollt vor allem da kann ich mir richtig schon meine Aggressionen auslassen und zwar aus witziger Art und Weise dann kann das endlich mal der Helga auslassen ich hab's die letzten nochmal ein bisschen angespielt des Hardcore Modus aber der ist echt Hardcore also der macht keinen Spaß vielleicht heißt er deswegen Hardcore und dann hab ich auf Anfänger nochmal ein bisschen gespielt nur mich abzureagieren und das war sehr gut das mach ich glaub nachher nach dieser Map oder nach Vollendung dieser Aufnahme auch nochmal hast du was gegen Orcs? ne das macht einfach Spaß nur weil's hier zu stressig ist nein ich find's einfach schade dass da die Orcs so das wird einem kein Grund geliefert warum die Orcs sterben ist der Totendom hätt's lieber das mit dem auf die mit Blümchen geworfen wird oder wie? nein ich find einfach ich find man sollte wissen warum die böse sind finde ich ich find bring doch einfach ein Add-on zu dem Spiel raus indem du Elves must die ja richtig genau wir haben das gleiche Problem wieder mit Elfen weißt du achso und mit Zwergen da auch NEIN mit Gnomen da ist recht ja die können alle sterben für dich und mit Halblingen und mit Hobbieten äh Hobbieten 2 das ist wirklich doch Hauptanz mit Hobbieten bitte Hobbits ach die Hobbieten weil wer hat Hobbieten gesagt aber er ist voll wie ne Hobbete wieso häng ich denn immer an dieser Wand fest weil du dagegen springt aber auf dauernd nackt dagegen zu springen es ist so schlecht gerade es ist ja so schlecht wie soll man das bitte schaffen nachher mit den pistons ich sitze hier vorm rechner mit rock und so ist drunter ich sitze nackt vor dem rechner falls ihr interessiert das nächste mal so eine kleine webcam oben rein wo dann der fallobst mit drin ist jetzt kriegt er nicht mal mehr die einsatzsprünge hin lenkt sich ein nackter fallobst vor dem rechner so ab mach ich nicht ja das letzte mal war es ich glaube das war ein einfacher sprung ein macht nur hüpp und rüber also ich sag euch fürs aufs nächste könnt ihr euch echt schon mal freuen ja ich freue mich jetzt machen wir super aber wollt ihr auch mal wieder zu mir kommen dann oder nicht immer schlechter ich werde immer schlechter